einen wunderschönen guten morgen ihr lieben ich habe mir gedacht ich nehme euch mit zum einkaufen ihr liebt es ja selina ist leider in der schule oder gott sei dank wieder in der schule gut bei der hitze macht es keinen spaß das kann ich den kindern glauben aber ich nehme mich mit zum einkaufen denn sie hat keine zeit und damit sie trotzdem euren live foto bekommt nämlich die kleine kamera mit und am schluss zeige ich euch dann alles was ich gekauft habe also wie so ein photoldern ich wünsche euch auf jeden fall ganz viel spaß dabei und bis später wir sind jetzt im kaufland ich habe auch schon ein paar sachen eine aubergine snackburgen für die kinder für die schule erzbären zwei kiwis hinbeeren für die kleine mag sie auch total gerne und für die anderen halt und da gibt es hier so cornies mit weißer schokolade für 88 cent und das ist schon immer hier vom gemüse schön aufgefüllt das überlege ich gerade ich glaube ich nehme so ein paprika mix hier mit sehen schön saftig aus hier ja da ist keine grüne dabei das ist cool weil die grüne macht keine so und da ist ja auch das nehmen wir noch mit was nehmen wir noch schönes mit jeden fall nimmst was kaltes zum zinken mit hier sind so einzelne donuts vereinzelt weiß ich voll teuer dort drauf hätte ich das voll lust ich liebe die teile irgendwas süßes nehmen wir auch mit oder mausolein was nehmen wir mit schönes marmorkuchen ich glaube ich nehme mal so einen marmorkuchen oder im moment die gibt es doch auch so ja genau das hier muss man mit sieht locker aus mit so einer füllung drin haben wir das mit bisschen kuchen naja muss ich mal gucken für die schule zum einpacken da ich habe mir noch das schokobrotchen mit ich kann die Kinder mit den Schuhen nehmen ich nehme sie auch beide ja ja süß so herzchen gibt es hier herzchen kuchen und auch im dunkel die laufe ich voll selten vorbei, ich sehe das hier gar nicht die teile sind auch mega lecker hier selina liebt die ja auch total ja ja ja, wir nehmen aber nicht so viel süßes mit es ist schön leer heute, können wir in ruhe gucken weil sonst fängt der roll immer durch den laden was es neues gibt das ist wie Paprika, passt sich auch lecker an oder hier Cheese oh cool, in dem Angebot nehme ich die mit Emmental das ist doch neu, oder? das kann ich gar nicht ah, ich sehe gerade hier sind auch Chips diese habe ich noch nie gesehen die mit dem Nipp auf 99 Cent und Zwiebelringe haben die hier die habe ich noch nie gesehen hier komm mal gleich mit ich sehe gerade die ganzen Cornies alle Sorten sind für 88 Cent im Angebot falls ihr was braucht ich mag ja die hier auch die liebe ich total, aber ich nehme nicht so viel süßes mit das reicht jetzt erstmal oh, die waren auch so lecker die Bananenteile die sind auch im Angebot, die nehme ich mit jetzt die müssen mit die Dosen sehen ja cool aus schau mal Mango Cactus das ist so Energydrinks ich nehme mal eine Dose den Rest nehme ich dann später, wenn ich mit dem Neu einkaufe jetzt gehts an die Kasse Mausilein so, jetzt gucken wir nochmal was es da so im Angebot gibt vorne und dann gehts an die Kasse und später wird dann der Großankauf gemacht mit dem Papa zusammen okay weint jemand so da weint ein Baby was gibt es hier schönes Seitenschutzmarkise wolltest du nicht meine Mutter für was? ja, sie sieht ja das wie du ja, was gibt es hier schönes wie weinst du auch? hier sind die ganzen Klamotten für die Kinder von Euro, 2 Euro, 3 Euro im Angebot T-Shirts Handtücher das sind so kleine ja, ich gucke mal hier durch was es hier schönes gibt ich glaube jetzt noch zwei Gläschen für heute halt bis der Reukum Bananekirsche in Apfel ich mache bestimmt leckeres hatten wir auch nicht ich wollte nicht extra kochen der Mausi jetzt gehts an die Kasse schaut mal diese Sherry für 48 Cent gibt es immer noch so, jetzt zeige ich euch nochmal im Überblick was ich gekauft habe ihr habt ihr gesehen Paprika Snackbuchen für die Kinder für die Schule Aubergini dann diese coolen Chips die ich jetzt entdeckt habe in Ruhe die müsst ihr unbedingt probieren die schmecken sowieso lecker Bananen Softhafelriegel oh ein Traum ja, für die Kleinen habe ich jetzt Mittagessen mitgenommen damit ich heute nicht kochen muss Lauch für die Schule eine Cola für jetzt Kiwi diesen Kuchen den mache ich auch gleich im Kühlschrank die Riegel Himbeeren und Erdbeeren ja also viel Gemüse habe ich jetzt auch nicht mitgenommen oder? ja ich habe hier noch Tomaten und eine Paprika habe ich noch Bananen haben wir noch Äpfel, Tomaten ja deswegen haben wir nicht so viel gebraucht genau ich hoffe euch hat es Spaß gemacht mit mir einkaufen zu gehen ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen ihr Lieben Bye Bye Outro 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 Outro